Sie standen stumm daneben, als der Präsident der Vereinigten Staaten vor der Weltpresse auftrumpfte, die USA hätten die Mittel, um die Inbetriebnahme der Ostsee-Erdgas-Leitung Nord Stream 2 zu verhindern. Mehr als ein halbes Jahr nach der Sprengung der beiden Leitungen schweigen sie immer noch zu den Verantwortlichen für diesen offenkundig staatsterroristischen Akt. Der Jubel der US-Vizeaußenministerin Victoria Nuland darüber, dass eine für die Energieversorgung Deutschlands vitale Infrastruktur nur noch, ich zitiere, ein Stück Metall auf dem Meeresgrund sei, mag vielleicht eine Antwort sein. Aber die Bürger dieses Landes erwarten von Ihnen Aufklärung, wer diesen Anschlag auf eine Lebensader der deutschen Industrie verübt hat.